Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Grünen erheben in ihrem Antrag zur Bahnpolitik Vorwürfe, die unberechtigt sind, teilweise sogar gegen sich selbst gerichtet sind. Beispiel 1 Abschaffung des Interregios, Schwerpunkt in den Jahren 2001-2002, während einer rot-grünen Bundesregierung, als die Grünen als Juniorpartner der Koalition sogar im Aufsichtsrat der DBAG gesessen haben. Ich habe seinerzeit als Sprecher der Opposition heftig dagegen protestiert, dass Herr Medorn überwiegend aus einem eigenwirtschaftlichen Personenfernverkehr in einen bezuschussten Nahverkehr gewechselt ist. Die Grünen haben nichts dagegen getan. Die Bahngewerkschaft forderte den Interregio zurück, auch mit dem Argument, 330 Kilometer in einem Interregio-Zug sei unzumutbar. Die Grünen haben der Gewerkschaft die kalte Schulter gezeigt. Beispiel 2. Die Grünen werfen der Bundesrepublik vor, die Elektromobilität auf der Straße wörtlich mit neuen Steuersubventionen und mit einer Kaufprämie zu päppeln. Ihrem heutigen Antrag heißt der Titel Mit sauberen Autos, Wettbewerbsstärke, Wertschöpfung und Arbeitsplätze in der Automobilwirtschaft erhalten. Ich frage, was gilt denn nun? Beispiel 3. Die Grünen beklagen die geringeren Mautgebühren für Lastkraftwagen und verschweigen, dass der Bund in Brüssel seine EU-Binnenmarkterheblichen Mautgebühren genehmigt erhalten muss. Er muss den Kostennachweis führen. Die Zinsen sind gesunken. Deswegen mussten die Mautgebühren gesenkt werden, sonst hätte Brüssel gar keine Genehmigung gegeben. Und ich frage, warum sollte nach Ihrem Verständnis ein Bundesverkehrsminister sonst freiwillig auf Geld verzichten für die Infrastruktur? Beispiel 4. Die Grünen werfen Bundesverkehrsminister Dobrindt einen Durchwursteln vor, ohne seinen Erfolg bei dem deutlichen Investitionshochlauf für die Infrastruktur anzuerkennen. Das Gegenteil ist also richtig, und ich könnte dafür noch eine Fülle weiterer Beispiele nennen. Die Grünen erheben in ihrem Antrag zu den Forderungen, die entweder bereits umgesetzt oder sich auf guten Wege befinden. Das ist teilweise verzeihlich, weil ihr Antrag ja vom 22. November 2016 stammt und der Masterplan Schiengüterverkehr vom 23. Juni 2017. Es ist erfreulich, dass wir lesen können, dass wir auch viele Ziele gemeinsam vertreten und unterstützen. Aber daraus folgt gleichwohl, dass es nicht nötig ist, heute Ihren Antrag zu beschließen. Denn mit dem Masterplan Schiengüterverkehr ist wirklich ein großer Wurf gelungen, der sogar in die Tagesschau zur besten Sendezeit geschafft hat. Vertreter von Bahnverbänden und der Logistik, beispielsweise der Allianz vor Schiene, BDI, DB AG, VDV, Deutsches Verkehrsforum, etc., etc. und Bahnexperten aus Wissenschaft und Digitalwirtschaft haben sich unter der Leitung von Staatssekretär Odenwald mit dem Bundesverkehrsministerium auf einen umfangreichen Maßnahmenkatalog geeinigt, der die Stärkung des Schiengüterverkehrs zum Ziel hat. Damit ist auch die von den Grünen geforderte Reformkommission bereits erledigt. Es geht jetzt darum, die vereinbarten Sofortmaßnahmen möglichst rasch umzusetzen. Ertüchtigung des Schienennetzes für 740-Meter-Züge, Neu- und Ausbau der Hauptknoten im Schienennetz, Reduzierung von Anlagen- und Trassenpreisen, Bundesmittel für die Digitalisierung des Netzes und von Schienenfahrzeugen. Prognosen gehen davon aus, dass der Gütertransport auf der Schiene bis 2030 um 43 Prozent in der Verkehrsleistung wachsen wird. Ich denke, die Regierungskoalition hat in dieser Legislaturperiode das einzig Richtige getan. Sie hat den Erhalt, die Modernisierung und den Ausbau der bundeseigenen Schieneninfrastruktur für die kommenden Jahre auf eine verlässliche Finanzierungsgrundlage gestellt, genauso wie es im Koalitionsvertrag steht. Wir haben dabei die Ziele der Bahnreform nie außer Acht gelassen. Im Gegensatz, das muss ich einmal sagen, zur Opposition, die immer wieder mit ihren Anträgen das Aktiengesetz verletzen wollten, Maßnahmen ergreifen wollten, die den Bundeshaushalt in einem unrealistischen Maße strapaziert hätten oder nicht zu dem grundgesetzlich verankerten Aufgabengebiet des Bundes gehören. Deswegen mussten wir die ablehnen. Wir können mit Fug und Recht behaupten, dass die Schiene für den neuen Bundesverkehrswegeplan dort eine erhebliche, deutliche Aufwertung erfahren hat. Allein die Mittel für die Schiene liegen bis 2030 bei 112,3 Milliarden Euro. Das sind 41,6 Prozent der Gesamtmittel von 270 Milliarden Euro. Im Vergleich dazu hat seinerzeit 2003 der rot-grüne Bundesverkehrswegeplan nur 72,3 Milliarden Euro enthalten, also eine Steigerung um 40 Milliarden Euro. Mit dem neuen Schienenwegeausbaugesetz werden die Hauptachsen und Knoten deutlich gestärkt, da 87 Prozent der Mittel in großräumig bedeutsame Projekte fließen werden. 800 Kilometer Engpässe auf Schienen können in den nächsten Jahren beseitigt werden. Die Elektrifizierung wird deutlich vorangetrieben. Wir haben den Bundesverkehrswegeplan erstmals auch am Ziel eines Deutschlandtaktes mit bundesweit aufeinander abgestimmten Anschlüssen sowie leistungsfähigen Güterverkehrstrassen ausgerichtet. 3,3 Milliarden Euro sind allein für den Ausbau von Schienenknoten und für den Deutschlandtakt vorgesehen. Die Bundesregierung hat mit Unterstützung der Koalitionsfraktionen mehrere Förder- und Bundesprogramme verstetigt und teilweise mit Bundesmitteln deutlich aufgestockt. Beispiele. Es gibt weiterhin 333 Millionen Euro für das restliche beim Bund verbliebene GVFG-Programm für große Nahverkehrsprojekte. Die Förderung des Neu- und Ausbaus bzw. Reaktivierung von privaten Gleisanschlüssen ist weiterhin mit 14 Millionen Euro jährlich ausgestattet. Förderung des kombinierten Verkehrs jährlich mit knapp 93 Millionen Euro. Förderung der Schienenwege nicht bundeseigene Eisenbahn, die Teil des Güterverkehrsnetzes sind, jährlich mit 25 Millionen Euro. Wir haben die Regionalisierungsmittel des Bundes für Investitionen und Bestellungen von subventionierten Nahverkehrsleistungen in 2016 auf 8,2 Milliarden Euro erhöht. Die Länder erhalten insgesamt bis 2031 aus Bundesmitteln mehr als 150 Milliarden Euro für ein bedarfsgerechtes Angebot im Schienenpersonennahverkehr. Weiterhin erwähne ich die Schienenlärmsanierung, Förderung Gleiser Güterwagen, Modernisierungsprogramm für kleine Bahnhöfe, Seehafen-Hinterland-Programme und, 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 und. Wir haben in dieser Legislaturperiode umfangreiche Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt, um Neu- und Ausbauprojekte zu ermöglichen, in diesem Jahr 5 Milliarden Euro. Das sind 40 Prozent der Gesamtinvestitionen des Bundes in die deutsche Verkehrsinfrastruktur. Ich verweise auf den Abschluss der zweiten Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung. Damit wird Erhalt und Sanierung der bundeseigenen Schienenwege gesichert. Der Bund wird bis 2019 rund 20 Milliarden Euro für Ersatzinvestitionen in das Bestandsnetz investieren. Und nehme ich noch die Eigenmittel der DB AG hinzu, so wird bis 2019 eine Summe, die Rekordsumme von 28 Milliarden Euro in das Bestandsnetz Schiene gehen. Das sind Zahlen, die nach meiner Auffassung klar für sich sprechen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben, liebe Kollegen und Freunde von den Grünen, seinerzeit als rot-grüne Bundesregierung dieses Nichtzustandegebracht. Das muss ich feststellen. Verehrte Frau Präsidentin, gestatten Sie mir in meiner letzten Rede vor dem Bundestag auch einige persönliche Bemerkungen. Mit meinem heutigen Beitrag zur Bahnpolitik schließt sich für mich ein Kreis. Denn am 26.11.1981 erteilte mir der Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Georg Leber, den wir alle immer nur Schorsch nannten, das Wort zu meiner ersten Rede im Deutschen Bundestag. Auch dieses ist symbolhaft. Denn Schorsch Leber war sowohl unter Bundeskanzler Kiesinger als auch unter Bundeskanzler Willy Brandt von 1966 bis 1972 Bundesverkehrsminister. Wir erinnern uns an den sogenannten Leberplan. Der besagte die Verlagerung von Massengütern von der Straße auf die Bahn. Und ich darf wohl feststellen, dass dieses Thema seit 1966 bis heute immer noch nicht vollständig erledigt ist. Dann gibt es noch etwas Schöneres. Denn Schorsch Leber sagte 1966 auch, kein Deutscher soll mehr als 20 Kilometer von einer Autobahnaufwand entfernt leben müssen. Ich glaube, das haben wir auch noch nicht geschafft. Also, meine erste Rede habe ich damals gehalten zu einer großen Anfrage der CDU-CSU-Fraktion in Opposition mit dem Titel Deutsche Bundesbahn. Und das war verbunden mit der zweiten und dritten Lesung eines dritten Gesetzes zur Änderung des Bundesbahngesetzes. Das war in Wahrheit die Bahnreform des Bundesverkehrsministers Volker Hauf, in deren Folge dann Rainer Gohlke Bahnchef wurde und Herrn Faast ablöste. Und ich muss feststellen, das war nicht die letzte Bahnreform. Dann haben wir 1993 die noch heute bestehende große Bahnreform beschlossen und aus einer Behördenbahn eine Aktiengesellschaft gemacht. Heute in meiner Rede durfte ich mich wieder mit diesem Thema Bahn auseinandersetzen. Und ich darf feststellen, dass bei mir also die Bahn parlamentarisch im Kreis gefahren ist. Nach 48 Jahren im Parlament, davon 37 Jahren im Deutschen Bundestag, habe ich mich stets und insbesondere mit der Verkehrspolitik zu Land, zu Wasser und zu Luft befasst und mich mit den jeweiligen Verkehrsträgern und ihrer Vielfalt von Verbänden und Unternehmen auch mit den Interessen der Länder und Kommunen auseinandergesetzt. Es ist jetzt mit Sicherheit nicht genug Zeit, Bilanz zu ziehen, aber ich glaube, doch einige gute Werkstücke der Politik erzeugt oder miterzeugt zu haben, die für Land und Leute gut gewesen sind. Aber ich will einschränkend sagen, niemand ist allein erfolgreich, sondern nur gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen verschiedener Fraktionen in wechselnden Koalition, mal Regierung, mal Opposition. Und dabei unterstützt von hervorragenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Bundesministerium, in der eigenen Fraktion, denen hier auch ein großes Wort des Dankes gesagt werden muss. Und aus dieser Arbeit ist auch fraktionsübergreifend eine große Zahl vieler, verlässlicher, menschlicher Beziehungen und Freundschaften entstanden. Ja, und dafür sage ich einfach nur herzlichen Dank. Aber ich bekenne auch ausdrücklich, dass sich nach diesen vielen Parlamentsjahren unverändert hat, als begeistertes Mitglied unserer parlamentarischen Demokratie, die nach einem Zitat von Winston Churchill ja von allen schlechten Staatsformen immer noch die allerbeste ist, ausscheide. Und deswegen wünsche ich auch unserem Land, dem Parlament, dem Deutschen Bundestag eine gute Zukunft. Und lieber Dirk Fischer, Sie sehen das ganze Haus, bedanke ich bei Ihnen. Sie haben diesem Haus 37 Jahre als streitbarer Hanseat, ich komme weit aus dem Süden, das ist für mich auch nochmal was Neues, als streitbarer Hanseat ein Gesicht gegeben. Und wenn man den Fischer wirklich leidenschaftlich erleben will, dann muss man auf den Fußballplatz gehen. Auch dafür danke ich Ihnen, für Ihre streitbare, leidenschaftliche Arbeit beim DFB, beim Norddeutschen Fußballverband, beim Hamburger Fußballverband. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie St. Paulianer sind oder HSVler. Ich weiß es nicht. HSV und Union Berlin. Oh, okay. Dann, wenn Sie HSVler sind, dann treffen wir uns zusammen mit Herrn Bosbach. Da bin ich schon verabredet, wenn die gegen Augsburg spielen. Aber sagen Pauli, können wir auch mal hingehen. Also, wir wünschen Ihnen alles, alles Gute, dem streitbaren und leidenschaftlichen Kollegen Dirk Fischer. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Danke sehr. Nächste Rede, Herbert Behrens für Die Linke.